Warum fragst du das eine Blume? Irgendwann wirst du es selber rauskriegen. Sicher, aber ich glaube, wir haben noch etwas Zeit damit. Wann das? Pedro erzählt mir eben, dass er gesehen hat, dass... Er freut. Das ganze Gold von denen sollte man klauen. Wir haben reichlich eingesteckt, die Hunde. Wollen wir es uns holen, Amigo? Hey, Paco, bring unserem Freund hier was zu essen. Ein Ei. Jetzt hör mir mal zu, ja? Ich werde den nächsten Transport überwachen. Na und? Wir werden wieder Sand reinpacken. Ich bin ganz sicher, dass es Gold ist. Moment. Bring mir doch noch... Bring ihm...